Fritzchen sitzt konzentriert am Schreibtisch und macht seine Hausaufgaben. Plötzlich wendet er sich an seinem Papa mit einer wichtigen Frage. Papa, wie schreibt man Sex? Mit X oder KS? Der Papa, der gerade die Zeitung liest, schaut leicht verwirrt auf und antwortet, Mit X, mein Sohn. Fritzchen lässt jedoch nicht locker und grübelt weiter. Du Papa, schreibt man Sperma mit B oder mit P? Der Papa ist verwundert über die kuriosen Fragen seines Sohnes, aber er antwortet geduldig, Mit P, Fritzchen. Nun wird die Fragerei jedoch noch skurriler, denn Fritzchen holt Tiefluft und stellt die nächste Frage. Du Papa, wie schreibt man Vorhaut? Mit T oder mit D? Der Papa hebt die Augenbrauen und fragt, Na sag mal, was schreibst du denn da für einen Aufsatz und das mit sieben in der zweiten Klasse? Fritzchen sieht seinen Vater ernst an und erklärt unschuldig, Unsere Lehrerin hat gesagt, wir sollen als Hausaufgabe einen Aufsatz über unseren Hund schreiben. Der Papa sagt, Ach so, okay, na dann lies mir den Aufsatz doch mal vor, Fritzchen. Fritzchen räuspert sich und beginnt vorzulesen, Unser Hund ist sechs Jahre alt und wenn wir mit dem Auto fahren, dann sperren wir ihn hinten rein, damit es ihn beim Bremsen nicht vorhaut.